Ich finde auch ich finde auch irgendwas an der Farbe oder ist das die grafik einstellen besser aus cross play an machen macht gar keinen sinn bei dem game das wäre der tod wirklich also meinetwegen vielleicht so anrated oder sowas aber das das war's dann auch schon ich werde den kario auspacken mit den steinen jungs haben wir uns hätte den main einfach musste bei uns auch mal weiter gucken wir könnten eigentlich mal richtig wenn wir einfach einfach nur flash das werfen die ganze zeit das musst du abpackt sein ohne du lässt da ist egal ihr habt ihr gesehen was gesagt hat mit wie die collection aussieht wenn die skins ändert das ist unbedingt auf pc bringen oder also das menü auf jeden fall anpassen finde ich wird auch die champion auswahl je geiler wie das auch aufgeteilt ist du siehst immer direkt weil du siehst einmal alle und dann siehst du du kannst halt wählen oben wenn du willst du nicht jeder willst du dings also es ist echt gut weiß was mir einfällt gibt es eigentlich league of legends auf der console echt nicht mobile das kann man doch auch voll gut auf konsolisch ich mache erste corner ich mache ich mache ich mache links ich flash backseite dann einfach aber das war drauf 22 schock ich habe noch einen flash und flächen oh mein gott was der drückt jetzt kommt mittelmann spielzeit einfach wollen wir noch mal den selben go machen einfach direkt doppelett shop novak ist wieder der beste spieler wirklich das ist ein phantom in der mitte eine phantom ja langsam wenn sie steht also wenn du da mit dem focus bist du sind ist der noch was ist der beste spieler wie mir direkt gibt doch wieder kann sein dass du auf die phantom geht und mitte beide mitte niemals er ist der beste er gibt nur recht um die ecke ist ich habe die bombe gar nicht wenn wir noch meine dinge haben das smoke für stairs 8 sekunden ja gut bezahlt sie können nicht market rausgehen einfach hier auf ping ich habe einen bekommen er ist reingelaufen behinder von mir vielleicht wollte sich die er denkt schon fünf sachen weiter wir müssen hier auf die wollten uns einstellen dass das der bombe sterben sofort und jetzt gehen wir dreimal weg jetzt gehen wir ab und kann die spiele muss ich auch betonen einer was ein früh aiming halter also da das ist halt radiance sage ich wenn ihr das gesehen hätte ihr werdet stolz auf mich haben sie null side control ist halt nicht gekehrt wo kommt einer market ein flash geben wenn ihr pieken wollt ich bin selber raus die sonne die haben aber b gestackt jetzt die runde bin in deren kopf habe ich doch gesagt drei mitte tot noch einer mitte 40 main 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 pusht vor linke seite mich um ein der fenix der fenix haben 40 zeit zeit schön schön rags ich gehe ihn mal, ich gehe ihn mal, ich gehe ihn mal, aber er trifft ich versuche noch gerade knapp die sind richtig sauer und jetzt gehen wir wieder b du bist so ekelhaft du bist so ekelhaft dass wenn der rank draus kommt man oh mein gott oh mein gott oh mein gott sie haben gar keinen bock mehr sie haben gar keinen bock mehr sofort das losgelassen einfach losgelassen was zum scheiß spiel das wieder den zu denen ich seh dann dich mit level 1000 du kannst du einfach zu ganz einfach rank spielen und dann ob du hier solche taktiken die sind komplett im erdcamp gewesen haben hier hast du das die collection schon gesehen welche collection ja ingame also dass du wie das aussieht das auswählen sieht so cool aus man dash ich hier schon vor oder erst zum eingang her nee du das gleich auf den heffenspieler omen kann hier das kann erst mal da rein rachs oben mitte beide links beide links einer hoch auch da oben 90 schatzi yo ok sorry ich hab mitte kannst du zurückkommen die haben die bombe bro die bombe ist gerade das ist eins hat sich geheilt die schon bei mir das muss ich nicht hinsetzen ich hab sie ich hab sie nicht hinsetzen der phoenix ist nicht schlecht glaube ich der phoenix ist gut alter der phoenix ist gut schön 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 oh da ist noch einer drin die hat schon wende in der zweite runde die sind gut die sind gut jungs die sind gut die spielen schon heute den ganzen markt glaube ich die ist ein konsolenspieler wie wir ruhe ruhe hinter mir Weil ich nichts höre. Danke Jungs. Jaja, jetzt sind die Menschen entschuldet. Das ist wieder unsere Schuld, oder Hami? Hättest dich umgedreht und ihn gepflegt, oder? Ja, safe. Ich glaube oben links steht einer. Dash da hin. Oh, Rainer hier. Backside. Das kann sein, das haben wir vergessen. Warte, ist die Kindheit hier? Chill, chill, chill. Einer flankt. Rechts von dir. Ommel liegt oben drauf, leider. Oh, drei Stück. Alle? Ja. Hab ich nicht getroffen. Oh mein Gott, ich hab Play, ich hab Play, ich hab Play. Oben einer. 70, 70 Phoenix. Joke's over! Du bist tot! Alter, Sivo mit der Bombe. Baitet wieder nur sein Team. Er ist immer noch nicht gelegt, das ist krank eigentlich. Ich hab auch wieder der Rain of Last Man Standing, ne? Also, wer auch immer da oben drauf gestorben ist mit der Bombe. Tut mir leid. Ja, schade. 30 Sekunden left. Boah, ich hätte sich auch mal richtig gehen hier. Ich bin da oben schon noch gestorben, ja. Okay, jetzt mit Ulti. Wie geht das mit? R1 und R1. R1, ja. Da ist die Bombe, Sivo, da ist die Bombe. Ich sag dir, hast du da ne Phantom Gewinnzug? Glaube auch. Sivo ist wirklich krass, das ist krass bei dir. Was denn? Was soll ich denn machen? Ich finde Jett auf jeden Fall richtig schwer. Jett ist schwer, ja. Hast du versucht, Knives zu spielen schon? Ne, das kommt noch. Ich hab noch einen Kill mit Knives jetzt gemacht. Bei dreimal Knives. Was wollt ihr machen? Wollt ihr nochmal B gehen hier? Ich mach Marshall? Ja. Ich mach nur noch Flash. Ey, ich bestell später einen Scaf Controller. Ich hoffe, der ist ein Muss. Sonst wird das nichts. Die kaufst du 400 Euro, die Dinger, ne? Ja, was soll ich machen? Wenn besser werden will, muss man halt einfach investieren. Okay, der Arrow gar nicht flex, sag ich. Fanta einfach schauen. Guck mich nicht. Hab dich. Die Smokey, die ist auch der absolute Wirt, Mero, ne? Ja, ja, das habe ich gerade gesehen, dass der oben hängt. Hau mal kreativ werden mit den Smokes, was denn? Okay, ja. Drei Stück, glaub ich. Ich schwöre, das sind die Besten. Keine Chance. Einer geht Wind hoch. Ich hab die, pass mal auf. Ja. Schakal, 33 aus NRW. Hör ich, ruhig, 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 ruhig. Guck mal hier, da ist er. Er sucht dich noch. Zivon? Zivon! Was warst du da? Ich wollte nicht an der Bombe sterben. Ich geschüsse einfach, hä? War noch schon gewonnen, die Runde. Ehre. Zweite, ja, war natürlich. Ey, wir dürfen ihn nicht hingen, wir dürfen nicht hingen. Einer Kuschmitte? Drei, drei sind doch B. Ja, er weiß es auch wieder. Ja. Lagesami. Was hat das? Get out of my way! Rimmstein hier? Warte ich noch, Mockdard? Oh, Phoenix und, äh, Dings hier, Phoenix und Jet. Ach, niemals. Niemals. Also wenn Surrender Vault läuft, kannst du einfach nicht kaufen oder was? Doch, ich konnt kaufen. Ich konnt nichts kaufen. Ah. Der wäre der Beste. Oh, der Prefire, ja, saftig ab auf den. Rimm, Amen. Wow! Welche Tasse? Die Tasse. Schon krank. Rimm, so nah. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Beide hier dann, oder? Hey, ist nicht der Error, oder? Guter Reveal. Guter Reveal. Bitte planten Sie. Die Sage hat hier gewollt, die muss doch auch hier sein. Die ist von mir hier oben, Connector, Connector. Ich hab grad zwei miese Bomben gegeben mit Sheriff, ne. Es ist, äh, Mitte, 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 Mitte links. Mach mal Zeit. Oh, hey, jetzt free. Er kann nicht mehr die Fuse, oder? Du bist ja nochmal übelst weit zurück, jetzt gleich. Naja, das war's. Ich hab's nicht mitgerechnet als für den Movement jetzt, ne? Sag gleich. Danke, Alter. Hab's gut gemacht. Sick. Danke, Arrow, Alter. Oh, shit. Scheiß auf, ey. Scheiß auf, ey. Ich war mit Arrow beschäftigt. Ja. Ey, Jett spiel ich auf jeden Fall nie wieder. Der Bock nicht, oder? Boah, was? Wie hat der mich gelöscht? Der pusht vielleicht schon. Kein Bock auf die Jettzeige. Mitte Step. Boah, ich sag dir, dieses Sneaken ist so respektlos. Was hat der mit mir gemacht? Jetzt mal ernsthaft. Was reicht's noch, der Brim? Einen schmalen Thaler, sagt der. Ey, Schakane hat mich gerade gelöscht, ne? Jaja, hab ich dir gesagt. Einer Backside. Ich hab irgendwo ein... Bei mir, bei mir. Ich hab Heaven. Heaven kommt er. Möchte jemand die Operator? Nehm mal einfach mit. Meine Kamera ist destroyed. Ich spiel Anti-Flash. Der pusht mich. Schade. Wie wo war, hat's dir mitgemacht? Anti-Flash. Oh, er's saved. Oh, hör auf. Mir wird schlecht. Ganz komisch in dem Spiel. Er geht safe, er geht safe. Ja, ich hab mir in die Luft geguckt und gedreht. Guck mal nach oben und dreh dich mal. Guck mal wie das auch laggt und so. Uuuuuh. Uuuuh. 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 3, 3 da. 3, vielleicht sogar 4. Kommt der A, kommt A. Ich hol jetzt 2 Kills. 120, nein. Aber ist der auch wieder ready, der Brimstone? Naja, ist alle da. Naja. Viel Spaß, Xalbi. Weiß er, weiß er, weiß er. Weiß er, weiß er. Er hat nicht mit dem Dash gerechnet, sag ich. Im Stream warst du noch weiter hinten? 30 Kilometer oder so. Warte, bei Raxi ist schon so, als würde er mit Controller eben. Ach, mit, äh, mit Maus. So lange, so ganz kleine Adjustments. Boah, ey. Raxi? Du hast nochmal Dash? Hast nochmal Dash? Boah. 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 Ja, das sieht echt gut aus. 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 Und Dings, ey. Auf jeden Fall. Hervorragend auf Zeit gespielt, Raxi. Jetzt red ich gar nicht aus. Ja, aber das ist, glaub ich, auch preference, oder? Ich hab ein, ich hab ein COD MB2 Video gesehen, da hat einer, also nicht MB2, war so ein Video, da hat der Typ gesagt, muss er runterstellen. Ich hab schon Controller, Controller Video. Ich wollte nämlich auch gucken. Sound? Und die, die, die kommen um die Tür? Hoch, 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 Meter machen. Ja, genau. Ah, Dash wartet auf uns. Ach, er ist hier unten drauf? Auf mich auch noch. Na, guck, ob sie mehr oder direkt fahren, jetzt. Einweilig. Ja, die ist. Machen sie es erst recht nicht. Nur gesagt nicht, glaub ich. Oh, wobei, da sind sie ja. Also, die gucken ihn halt von links an, die gehen ihn stechen. Spike plantet. Ja, Glückwunsch. Attackers winnen. Nächstes Mal nehmen wir Holzstäbe-Trophäe, Alter. Hab ich auch bekommen, hab ich auch bekommen, was ist das denn? Ja, wenn man gestreamt wird. Was ist denn hier die Platin-Trophäe, Alter? Die Jet ist es auf jeden Fall nicht. Ist das crazy, Jungs, ne? Alles gut, Jungs. Ich war einfach schlecht, so. Da macht's halt nichts. Ja, Mero war halt auch AFK, was willst du machen? Ja, genau. Ich glaube aber, ich freu's dich.